Hey und herzlich Willkommen zu einem neuen Video, heute mit Illusion, Sedi und Shadow. Und wir machen heute die Protect the President Challenge. Die Regeln blende ich euch noch schnell ein, damit ihr wisst, worum es eigentlich geht. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. So, diesmal will ich mal President sein. Okay. Mr. President. President, komm auf den Ab. Der muss raus. Okay, please leave. Willkommen in meinem Leben. You're fucking up. Fuck off. Hans, Lurkenloze, geht hier drin. Hallo, Bitschi. Okay, ist am Ende weggegangen, also so ist nicht. Ja. Okay, ich würde sagen, wir geben mal Frenzy. Da kann ich mich im Feld verstecken. Yo, es kommt mindestens ein Squad mit. Zwei Squad. Was ist der President? Ich bin hier unten im Feld. Ich darf nur mit Pistol fighten, ne? Ja, hier. Gut, dann darf ich die Maffen nicht mitnehmen. Ich hätte sogar eine blaue Pistol für sich, Sir. Das fände ich ganz top. Was hat der auch immer dabei gehabt? Ja, ich habe eine Pistol. Haben Sie auch eine blaue Pistol? Ne, ich habe eine gute Pistol momentan. Ich hole dich mal hoch. Das weiß ich zu schützen. Gerne, doch. Hey, du hast voll die geile Dings. Wie heißt das? Tarnung auf deiner Waffe. Wie heißt das? Das passt richtig gut. Ja. Äh, gar nicht. Hilfe! Er ist vorhin in die Spiel. Da ist der Schacker. Der Schacker ist bei einer Fick. Bei mir im Feld ist einer. Bei einer Fick. Wir suchen mit dem Haus. Ab ihn, Sir. Sehr schön. Oh, darf ich den Inde nehmen? Bauen darf ich ja jetzt, oder? Ja, Sir. Hier, hinter dir. Okay, hat er noch Minis vielleicht? Ich bin zu low HP. Oh, nice. So, er ist voll. Komm, komm, komm. Sein Schaden auf ihn. Cheat on. Oh, ich habe noch einen Biggie gefunden. Hurra. Das ist zum Nachplan. Oh, auf mich wird geschossen. Von wo, von wo? Ich weiß es nicht. Ich glaube aus der Richtung. Mr. President, Mr. President, bauen sie ein. Spass dich einfach. Ja, das ist ammo und da ist auch noch ammo. Dankeschön. Ich finde die übertiert, doch keine Sorgen. Ja. So ein Biggie, den ich nicht gefunden habe. Oh, Kick nach Komp von Norden. Pass auf, sie direkt vor dir. Also hinter dir. Ich zieh mich zurück. Mr. President, ja. Er hat mich entdeckt. Habe ich Schusserlaubnis, Sir? Natürlich. Tja. Ich habe noch einen Biggie gefunden. Oh, der hat Shiprake bei dir. Oh, er hat noch mal Shiprake geziert. Alter. Mr. President, bleib bei dir. Heufe. Falls sie es will. Ich tu, was ich kann. Äh, du brauchst Hilfe, Illusion. Ja, Geh Illusion hinten. Ich verstecke mich. Nein, ich muss nachladen. Fuck. Er hat zu kreistiger Fluch. Der hat noch. Alter, fuck off mit deinem Controller. Fick. Down. 100 Schaden auf den da. Ich hör ihn nicht. Er rett einfach auf mich drauf. Ich hör ihn nicht. Dieses Game ist scheiße. Was ist der? Er ist da drin. Der andere ist da drin und richtig low. Ich werde ihn einschneiden. Man muss schon das Ziel zugucken. Wie ich guck wegen den Füßen. Ich muss schon lange wegen Fortnader zu zerbrechen. Aber Alter, möchte ich gerade meinen Monit zu zerbrechen. Huuu. Oh, wie mein Fick, Dächter. Ist eine dämliche Ficke. Aua. So, ich werde den Helmweg fliegen. 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 Ich muss jetzt nicht mehr fliegen. Ich werde den Helmweg fliegen. Ich werde den Helmweg fliegen. Okay, wir gehen nochmal Frenzy. Ja, sorry. Und ihr drei landet alle. Wir landen alle Main. Wir landen alle Main. You know what? I'm a Bird. Oh mein Gott, du versteht. Shadow King Lord. Ich bin der Einzige. Oh mein Gott. Shadow King Lord, Digger. Wenn wir ihn Nocken schmeißen, müssen wir schon uns tanzen alle. So, finde ich gut. Danke. Bin dabei. Aus Prinzip. Schreib ihm F.A. Schreib ihm A. Änder deinen Namen. Bitte. Wenn einer auf dem Dach landet, dann wird er gepickt. Yes, sir. Fehl wird hoch. Da werden viele auf dem Dach landen. Ja, da landet einer auf dem Dach. Da ist einer. Er zieht durch. Er ist weg. Er ist weg. Alles gut. Mr. President, Mr. President, Mr. President hier. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben eine Pistol und... Äh, eine Pistol und Wiggi. Eigentlich. So. Momentan nur nicht runter ins Haus gehen. Alle auf dem oberen Stock bleiben. Äh, also wo ihr jetzt seid. Ihr müsst nicht nach oben kommen. Einfach da bleiben, wo ihr seid. Momentan noch. Cool, Sir. CD, komm nach oben. CD, komm nach oben. So. So. Jetzt nach und nach das Dach kaputt machen und schauen, wo die Gegner sind. Okay. Ich höre Ernährungsgranaten. Wenn ihr einen seht, dürft ihr aufreden und auf ihn schießen. Hatten. 400 IQ. 300 IQ. 300 IQ. Ah Leute. Ooh, Scheiße. 100 IQ. ATT. Da kommt noch eine Bölger. Aktiviert. Nice. Ist noch einen? возьми. Oh, oder angeht. One shot. Sehr schön, untersucht ihn Und wisst, wo die Gegner sind Ich hab einen Madcat für Sie, Sir Hinter mir, hier kommt noch einer Der rennt von mir weg Oh, er schreckt mich durch den Druck Hä, er sieht mich Hä, von der Seite, von der Seite, von der Seite Das kam mir vor, jetzt hätte er gesagt Als ich ihm das Leben habe Hat einen Hit, obwohl ich ihn nicht sehe Nicht rausgehen, nicht rausgehen CD, bleib hier Präsident Ich hab einen Madcat Und eine Pistole Hab ich Hab eine Pistole, falls du ein W-Pistole Nee, nee Achso, da ist eine E-Pistole Das nehme ich auf jeden Fall Das ist ein Madcat Nein, weil ich nicht voll bin, darf er nicht Ich würde dich wieder hinbinden, nein, wenn ich nicht voll bin, darf er nicht Tschüss Im Haus, im Haus In der Küche Also, lieber mehr Gerade rausgelaufen Was ich kontaktieren will Ah, ich dachte, die anderen sahen Links ist auch noch einer Oh, hier drin Und den da drin Das ist schön Oh, dringend Ich hab kein Ammo Oh Echt Oh, dringend Ich hab kein Ammo Eigentlich Oh, ich brauch mich Oh CD, hol ihn hoch Hey, doch, wir halten Sir Was? Sie durch Sie durch Sie durch Sie durch Hey, wie hat er noch die Form? Wir haben noch Gegenteil Weinen Ich hab keine Ahnung Achtung! Ich halte. Nice. Ach, immer noch sehr dringend Shotgun-Ammo. Ach, immer noch sehr dringend Shotgun-Ammo. Ja, komm, komm zu mir. Wir haben auch noch hier irgendwo... Erst ammo fehlen und Sachen machen wir nicht. Das ist einfach fucking Biggie fehlen, aber im Grunde ist ein Ziggy. Ja, wir brauchen einen Biggie. Achtung, Gegner! Wo? Antwort. Cool. Hä? Fuck, Herr Kekker. Niemand hat gesehen. Das war ja... Das war minimal peinlich. Wir werden so tun, als wäre das nie passiert. Ja, ich hab keinen Pampo hier mehr. Mann! Ein epischer hab ich schon. Warum ist ein fucking Biggie das seltenste Item im Game? Apuna, ein epischer Fisch geht auch. Ja eben, ich ruf bei einem. Da wurden welche gebootet. Oh wow. Aber hier im kompletten Gebäude ist kein... Wie glaubt ihr mich zu sehen? President, stay down. So. Versuch dir aus dem Hinterhalt zu töten. Komm mit ihm. Oh, vor mir weg. Hat 60 Schaden. Gebrake auf ihn. Hat 2 HP. Hab ihn knocked. Aber noch einen noch. Aber ein... Müller. Ich hab ihn beschossen. Okay, Shadow hol... hol CD hoch. Yes! We did it! We did it! We did it! Komm, komm, komm. Hau weg den Scheiß. Hau weg den Scheiß, Digga. Oh, das hat gedauert, du. Was? Oh, gönnt euch. Gönnt euch hier. Herr Präsident. Nee, auf die da. Aha. Lass ihn noch näher kommen. Oder? Was macht der? Lass ihn näher kommen und dann versuche ich ihn da instant wegzulaten, weil der nah genug ist. Ah, das ist ein Bord da. Achtung, da schieß ein weiterer. Da kommen noch mehr, da vorm Berg. Ich bleib in Deckung. Schönen der 20-Wide noch. Ein 50er-Wide. Ein 50er-Wide. Finish und schaue und nehme den ganzen Heal, den er hat, mit. Ja, du kannst den Raketen ermorden. Ja. Ich bin so ein ehrenloser Buster, dem mit Raketenwerfer durchgegangen sind. Oh, on me. Okay. Präsident, stay down. Stay down. I'm down. Keine BGs, ne? Nee, ist doch kein BG. Oh, ich dachte schon. Brauche ich einen unbedingten BG auf Reserve, falls ich angeschossen würde. Ja, genau deswegen. Aber wir dürfen uns ja mit Pilzen healen. Geil. Natürlich. Oh, endlich heal. Ja, ist alles gelootet. Ja, warte, komm mal her. Ah, Mr. President, ich hab noch was für Sie. Falls es heiklich, äh, heikl wird. Ja. Das ist sehr gut. Ah, ich stimm mich aber nur in der Abrunde. Ja, man. Epischer Fisch. Oh, nice. Soll ich mehr halten, oder will der nicht jemand essen? Sag mal, halt erstmal. Ja, Opfer halt. Damit ich passieren kann. Ach, safe. Viel können, damit wir uns hier töten. Brauchskills. Was? Okay, jetzt habe ich vier Grüne und eben schon Fisch. Ja, was ist das? Was war das für ein Sound? Ach so, das Schwert. Was? Nix, aber wir haben nur ein Schwert abgesammelt. Ach so. Schwert am Stahl. Ah, ach so. Ja, oh mein Gott. Ich hab gerade lange gebraucht, um das zu kapieren. The President, wollen wir das anbauen? Ja, wir bauen das Tier ein. Hier vor uns, versteckt bleiben. Ich hab doppelt so viele. Was ist das für die Gegner? Was ist das für die Gegner? Was ist denn geil, dieses Backpack? Was ist denn, wo es rauskam? Diese guten alten Zeiten. Was ist das für die Zahlen? Okay, wir, wir gehen da hinten rum zersaufen. Ach so, dass die Lucien hat? Ich wäre das bei mir. Ja, hinten rum zersaufen. Die da gebraucht, wo es rausgekommen ist. Auch ein epischer Fisch. Echt, das wollte ich nicht. Was ist das für die Gegner? Was ist das für die Gegner? Oh mein Gott, hier ist ein Gegner drin. Oh mein Gott, hier ist ein Gegner drin. Bruder. bleiben wurscht bleiben wurscht bleiben wurscht ich merke nichts sehr schön da ist noch eine heavy ja ich habe kein schein gefressen ihr dürft euch alle hier ist eine goldene spaß davon ist eine epische tag so lecker ich vermute sie werden gleich aus pläsen kommen wir holen die sich herein falls ihr einen raketenwerfer seht sofort bauen hier 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 und hier können wir alles haben das nehme ich mir jetzt noch 111 das war ja schon jetzt stell doch hinterher seht ihr auch jetzt hier oben und dann einbauen ok bau durch high dadurch high Ok, ich hab's. Werner's low? Eigenot. 100 Chun, auf denen er grad kurz gepiekt hat. Aber er ist das. Letzter, 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 letzter. Da was sind die Rasen. Niiice! Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!